Olle Gamer! Los, wir schaffen's! Was wie wärst du denn? Sprung! Also, auch im zweiten Versuch hat das nicht geklappt da sich niemand traut anzumoderieren, herzlich willkommen von mir. Blanky ist zurück. Zusammen mit... Zully. Zully ist dabei. DJ auch. Zully. Das war letzte Folge. Ich möchte jetzt auch mal fahren, wo fahre ich denn? Ja, mach du das! Kann man hier ein anderes Auto nehmen? Nee. Ich glaub nicht, ne? Nein, komm Cici. Du fährst wieder bei mir mit. Cici. Cici ist auch dabei. Nimm mal ein bisschen andere fahren. Und Franz Ferdinand. Cici und Franz in einem Auto. Oh, das sieht schick aus, ja? Ah, hab ich schick gemacht. So, Rinder. Ey. Oh, jetzt bin ich ja schon wieder. Ich hab auch ne andere Waffe genommen. Ey, willst du wechseln? Ey, guck mal, das sieht auch aus wie Sprung. Ich hab ne andere Waffe genommen. Die Skyler. Ja. So, jetzt geht's los. So, ordentlich. Wie fährt man denn? Ach so. Du lenkst mit der Maus. Ah, okay. Das ist echt scheiße. Ja, das ist richtig blöd. Ach, ich kann auch schießen. Quatsch. Jetzt hör doch mal auf. Sprung, sprung, sprung. Wuhu. So, wir könnten noch mal zur Klippe fahren und uns mal das Sprungbrett betrachten. Irgendwie müssen wir da herüberkommen. Warum? Wir können auch woanders lang fahren. Also laut Karte ist da nicht mehr so viel. Ein Booster, das ist nicht das Ding, ne? Ich hab grad mal die Sprinttasse ausprobiert, das hilft. Ich geh raus. Tja. Was? Wohin? Ich guck mir das grade mal an. Wo geht's denn hier lang? Okay. Blackmatch möchte, dass ich wieder reinkomme. Ne, da ist nichts. Was ist denn das hier für ne Pizza? Jawoll. Mach die Pizza platt mal. Okay, ich mach den Sprung. Kein Problem. Okay. Oh. Alle guten Dingen drei. Ja, ich schaff's. Ich schaff's. Ich muss hier ganz die Kante treffen. Ja. Jawoll. Und weiter. Komm, komm, komm. Das machen wir auch. Das schaffen wir auch. Der Kameramann hat die beste Perspektive ausgewählt. Oh nein. Jawoll. Jetzt hätte er noch richtig wegfliegen müssen. So, wir haben's geschafft. So, wir haben's geschafft. Was war das denn für ne Fahrtrag-Session? Süß. Ich fahr einfach. Ist egal. Oh, wir müssen reisen. Schon wieder. Oh, na gut. Hauptsache wir reisen, richtig. Ödnis? Wieso ödnis? Nein! Was nicht? Oh. Irgendwer fallert hier schon wieder. Was nicht? Äh, das ist doch... Was war denn das, ne? Ha! Ne, das ist doch das, wo wir standen. Fahrzeug mitgenommen. Welcher piste Affenknirch hat ein Reisen gedrückt? Wieso ist das schon vorhin gestanden oder nicht? Das ist das, wo wir dachten, wir sind richtig, aber wir sind nicht richtig... Äh, war nicht richtig. Hä? Na ja, ist auch egal jetzt. Wo müssen wir hin? Ist aber richtig. Ja, ist doch richtig. Fakate ist so ein Viereck. Ja, sehe ich auch. Das blinkt. Das nehmen wir. Kannst du das Auto nochmal holen? Geht das nicht, ne? Ich glaube, wir müssen nochmal zurück. Oder? Ich nicht. Ich habe ein Auto. Ich nehme die Scharfschützenposition wieder ein. Ich setze mich so drauf. CC, wir sind ein Team. Ja. Wir können ja bestimmt vorfahren und dann wieder Reisen drücken und dann kommt ja hinterher. Ja. Ja, ja, wir laufen halt. Ist kein Problem. Warte mal, hier ist doch... Warte, wir können es doch hier rausspawnen. Wir können es doch hier spawnen. Mach mal, ja. Mach ich doch. Pastellschwarz? Nein, was tun wir denn jetzt? Hier, Waldmond. Oh. Elegant. Waldmond? Ja. Hättest du auch gerne, ne? Sucht ihr euch ernsthaft gerade eine Farbe für das Fahrzeug auf? Natürlich. Ich möchte elegant durch die Welt reisen. Fahr mal. Fahr mal. Juhu. Blackmail. Hallo. Wohin? Einfach weg. Wir müssen wohin? Wo müssen wir hin? Ich habe keinen Bock mehr auf Jarkon und Sully. Weiter geht's. Wo müssen wir hin? Hinterher. Legenste. Sprungschanze. Oh Gott. Ne, nach links. Hier müssen wir hin. Das wird doch wieder nichts. Oh. Oh. Abgrund. Und? Abgrund. Oh. Das war ein bisschen zu knapp. Wir müssen. Äh. Umdrehen. Umdrehen. Oh. Wer kann's denn da nicht? Der Jarkon. Ja, das ist gut. Da müssen wir rüber. Euer Jarkon. Fehl. Ah. hope. Hier. Links 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 links. Das andere links. Ich spawn jetzt tausend Autos. Ach guck doch einfach, selber auf der Karte, wo wir hin müssen. Ja, das ist ganz gut. Und weiter. Okay, weiter geht's nicht. Ach so. Ich fahr schon wieder. Ich steig aus. Alter! Die Kanone ist geil. Ja, super. War das denn richtig? Nee, fahr gleich links, oder? Ach nee, doch, nimmst du da rüber. Ja, was denn nun? Ja, da musst du, ja, weiß ich nicht. Da hoch musst du, glaube ich, nicht. Ja, was? Kleiner Witz. Abschließen! Hey! Ihr mal da seid. Ich glaube, ich habe keinen Speed. Egal. Ich hätte auch einfach links fahren können. Fahrt ihr immer noch? So, wo ist denn jetzt hier? Nicht, dass ich wieder zu... Das reicht doch nicht. Das ist zu langsam. Ja, das ist zu langsam. Wir fahren immer noch. Euer Suli. Turbo! Jawohl! Oh, nein! Reicht gerade so. Oh, nein! Okay, voll Spaß macht den Spiel. Ich kann gerade auf der Karte beobachten, in vollkommener Sicherheit, dass Suli und Jakon leider getötet wurden. Ja, ja. Ihr habt doch die Straße... Aber wir sind für euch jetzt. Das war der Plan. Ja, genau. Wir wollten nämlich sterben. Ja, gut. So, Black Mesh, rein ins Auto. Das Auto macht es auf jeden Fall schon mal deutlich angenehmer. Ich sehe schon, du vertraust mir als Fahrer. Ich bin hier nur noch im Autospawn, ey. Das ist unfassbar. Bin ich auf dem Fahrersitz? Dann fahr ich mal wieder. Komm, ich fahr nicht mehr. Ja, also... Ah! C um... C um... Jetzt geht's rund. Auf geht's, jetzt aber. Endlich wieder Qualität am Steuer. Und wo lang? Und wo lang? Wir müssen nach oben rechts. Oben rechts. Ja, ich packe gerade aus. Oh, Gott. Gut, dass der Kamera mal schön weg ist. Oh, nein. Anlauf, Anlauf. Bist du sicher, dass du da hin musst? So ziemlich. Er verkeilt sich erst mal mit der Welt hier. Ich gehe mal auf ein Map. Mal gucken, was die so sagt. Ja, du musst da rüber. Ja, und da rüber. Attacke! Yippie! Attacke! Wunderschön. Cooler Light, cooler Light. Jetzt nicht besser machen können. Rechts, 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 rechts. Und rechts. Wieso rechts? Da rein, ne? Rinder. Äh, äh. Mal aussteigen? Hm. Das verursacht nicht mal mehr einen Lachflash. Das war aber auch ungünstig positioniert. Kann ich den Roboter abschießen, bitte? Wo ist der Roboter? Roboter. Nein, das darf man nicht. Wir können reisen. Ah, endlich mal reisen. Nein. Warum nicht? Müssen wir? Hast du noch Concordia oder wie das heißt? Ja, komm, ich drück drauf. Schnauze da. Du kriegst eine Granate ins Gesicht. Oh, Mann. So, jetzt mal wieder ein bisschen Konzentration. Hallo Concordia, ich fühl mich am Arsch weg. Ein bisschen ernsthaft. Ja, ab sofort keine Witze mehr. Hallo, liebe Liebenden. Keine Witze mehr. War kein Witz. Ähm, was wollte ich jetzt sagen eigentlich? Willkommen auf Nahuta, im Gangsterplaneten. Keine Witze mehr, ne? Klar, bei der Hut. Wir sollten mal der Story lauschen, dann müssten wir auch was wir machen müssen. Concordia betreten? Ja. Ich würde sagen, das ist richtig. Ja, ich denke auch. Ach, du verlässt dich zu sehr auf diese komischen Stichwörter da rechts. Schwörter? Bumsen. Schlafen. Was ist das hier? Oh, jetzt wird schon wieder blöd hier. Dance in Space. Okay. Das erinnert mich gerade an Demolition Man. Wir bekommen mal eine Warnung. Das scheiß Klopapier ist alle. Könnt mal einer da was machen, bitte? Ja. Und jetzt geh durch. So befolgen. Follow the White Rabbit. Aha. Auf welchem Film? Sprechen. Ja, das ist Concordia. Der mächtigste Welkomhafen auf Ampys. Schade, dass du es wegen deiner vielen Verwarnungen nur von einer Zelle aussehen wirst. Was? Alter, gehst du mir auf den Sack, du scheiß Roboter. Hallo, nichts wegen Roboter. Geht jetzt noch der andere Roboter. Gib ihm den Robotron. Das wird echt schräg. Nur, dass du es weißt. Ja, nimm. Das ist so ein Stör. Ja, betrachte dich als klar zur Dekontamination. Ich hab ja gesagt, du kommst da rein. Jetzt sie zu, wo du bleibst. Juhu. Pass mal, die Pakete auf. Oh Gott. Oh Gott. Der Roboter zuerst. Okay. War auch nicht so anzugucken. Das ist eklig. Wie geht's dir, mein Freund? Hast du dich ordentlich gepötert? Der spricht schon nicht mehr. Hier ist noch was zum Öffnen. Alle Spieler sind erforderlich. Ja, ja. Wir plündern gerade noch. Wir plündern hier noch kurz das Krankenhaus. Wo haben sie denn die Wertsachen ihrer anderen Patienten eingeschlossen? Nein. In seinem Arsch hier. Sehr gut. Die Idee. Ich komme. Ich passe nicht mehr rein. Ich bin zu dem. Ich komme in Klinik, dumme La Puschka. Puschka. La Puschka. So. Geht's weiter? Das ist ein Wodka. Raus. Ich gehe zurück zu Schwester Nina. Aber ihr steht mir im Weg. Ja, immer gut. Ich bin doch schon raus. Du kommst zu mir. Aber nur wenn ernst. Schwester Nina hasst große Babys. Außer echte Babys, die Schwester Nina liebt. Ähm, alter Schwede. Was bin... Du gesund. Du gesund. Was bin ich froh, dass Prinzessin Leia damals in Star Wars nicht so einen fetten Arsch hatte. Bitte? Hat sie auch immer noch nicht. Seht euch den neuen Trailer an, Leute. Völlig bescheuert. Aber er könnte wissen, wie wir das Signal finden. Der Typ bezieht immer noch eine fette Betriebsrente von Hyperion. Von meiner Abteilung. Ich bin praktisch sein Boss. Er ist sozusagen schon im Team. Da. Hier, der Aufzug. Und jetzt für unsere russischen Zuschauer. Hier ist ja richtig was los. Was ist nur los? Was, wir fahren weg? Darf ich wieder fahren? Du darfst sowieso die ganze Zeit fahren. Was wackeln wir denn hier so komisch? Ja, ist komisch, ne? Ich dachte schon, ich hätte zu viel getrunken. Du bescheuert betitelter Bastard. Danke, dass Sie das Büro des Büriffs besucht haben. Was ist Büriff? Wir hoffen, die demokratischen Interaktionen waren zu ihrer Zufriedenheit. Sind wir in der Schweiz oder was? Ja, ich schätze. Jetzt kann uns nur noch einer helfen. So leid es mir tut. Wo müssen wir endlich hin? Hier ist mir eindeutig zu viel auf der Gerade. Hey, könnten wir ordentlich shoppen gehen. Shoppen mit Dribble B. Wo ist es? Oh, eine Bar. Erstmal eine Bar. Eine Kantine. Tätowierte Tussi, ich bin jetzt schon hin und weg. Ey, hier ist geile Mucke, Mann. Ich geh mal hinter die Bar. Yeeha, Baby, dance for me. Ein Martini, bitte. Ich tanze mit. Geschüttelt oder gerührt? Beides. Geschüttelt. Du bist so gar nicht von Star Wars geklaut. Will ich nicht. Ich höre hier, ihr seid heute nur noch Star Wars, Star Wars, Star Wars. Kannst du jetzt in der Han und Chewie sitzen? Bucht dir meine lustigen kleinen Leute an. DJ Rang. Und DJ Buben. Kann ich die Frau hier mitnehmen? Nein. Ach, Mann. Die kannst du dich nicht leisten. Wir müssen das Signal abschalten, dass dieses Team dort stört. Rede mit Roland und Siri. Wo ist Roland? Hier steht er doch. Ja, Sorgern haben aber wiesen draus aus der Kammerjägerbranche. Zu viele Tentakel. Was heißt das? Los, sprich mit Maxi, verdammt. Sprich mit Maxi. Ohlala. Moxi. Moxi. Schön. Oh, der Beat ist auch geil. Ich will zu Moxi. Ich will zu Moxi. Na dann mal. Also ich dance hier noch ein bisschen. Die nimmt keine Roboter in Empfang. Doch. Ein Clap Trap. Dieser Tag wird immer besser. Ein Clap Trap. Oh, ich habe einen schönen Ausblick hier gerade. Muss ihn ja schwer gewohnt haben. Oh, ich kann hier spielen. Aber keine Sorge. Vorbei ist vorbei. 85 Dollar. Ich mach mal. Was braucht der von mir? Versack? Leider versack. Wer hätte das gedacht? Knauze. Was war es denn? Mensch, eigentlich nicht. Nein, ein einarmiger Bandit. Das Problem ist, ich habe keine Transmitter hier. Macht aber nichts. Du musst zuerst ein paar Mondsteine abholen, die der Zöllner Clap Trap fälschlich beschlagnahmt hat. Geh zu ihm. Ich aktualisiere dein Echo. Vertrau mir. Du wirst es bald verstehen. Vertrau mir. Die sieht aus wie eine gruselige Puppe im Zoom vom Neiber. Das sind wie von Bioshock die Charaktere. Das habe ich tatsächlich nie gespielt. Lohnt sich das? Oh, großartig. Doch, doch, doch. Kann man das zu viert spielen? Nein. Nur zu sehr. Alle Teile sind sehr gut. Nur alleine alles? Ja. Nein, nur ohne dich. Warum nicht aufgenommen? Ich spiele mal eine Runde. Weiter geht's. Ich habe gewonnen. So. Nicht. Wir holen mal die Mondsteine, ma. Warum verlasst ihr mich eigentlich immer? Überleg mal. Könnt ihr auch den Kameramann nicht immer hinterher... Wir können uns die Mondsteine in der Bank holen. Okay. Will ich gar nicht. Nein. Hat sie gerade abgelegt oder abgeleckt gesagt? Ich bin voll. Ich bin immer voll. Okay. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ach ja, richtig. Ich hätte die Mondsteine dauert bei mir. Ha, 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 ha. Typisch, was? Witzig. Der sollte sich selbst verwarnen. Wegen Blödheit. Nimm die Mondsteine und bring sie zum Wartensmarkt. Check dein Echo. Echo. Check dein Echo. Oh, yeah. Gibt es hier noch etwas Interessantes? Nein, du kommst hier nicht durch. Du kommst hier nicht durch. Nein, nein. Ich will ein Duell. Hier und jetzt. Ja, okay. Renate. Du nimmst das immer nicht an, du Schwanz. Ich... Mir kommt auch gerade nichts. Aua. Hör auf, mich zu peitschen. So, jetzt komm, mach hin. Oh, jetzt geht's los. Er ist so ein schlechter Schütze. Er ist zu spät. Ich lebe. Und ich werde immer leben. Ich lebe, weil du meine Mama... Du meine Mama... Ich möchte den Text nicht. So, runter. War ein schöner kleiner Einschub. Geht so, ne? War super. Ja. Ich laufe schon wieder hin und her. Das kann's nicht sein. Lauf doch mal her und hin. Wobei ich es hier in dem Raumhafen nicht so nervig finde wie draußen. Raus essbar. Sully. Hallöschön. Euer Sully. Transmetter. Die gebe ich dir gratis dazu, wenn du mir was von dem anderen Müll hier abnimmst. Okay. Willen wir einkaufen? Was haben die denn? Ich hab kein Geld. Hm. Hab alles für Huren verprasst. Upgrade. Und Blackjack. Und Candice Zucker. Und Blackmatch. Dafür leider auch immer viel zu viel. Das ist nicht so. Hey, hier gibt's Waffen zu kaufen. What? Aber nichts für mich. Ja. Ist das so, oder? Die weißen kann ich nicht nutzen, ne? Die kannst du nutzen, aber die sind scheiße. Eigentlich nicht so. Einer hat einen ordentlichen Wumms. Also bisher waren meine weißen alle scheiße. Okay, machen wir doch mal was sinnvolles, oder? Ja, ich hoffe, eine Waffe. Geht nicht. Ja, siehst du was sinnvolles? Sag ich ja. Die kosten auch ganz schön viel, die Scheißdinge. So viel Munition hab ich. Äh, so viel Munition. So, hier müssen wir irgendwie hin, ne? Ach komm. So die, lass die beiden machen, dass sie gerade... Wir machen jetzt weiter. Ich schick dir einen Wegpunkt. Er zeigt, wie ich versuchen würde, da hochzukommen. Einfach, weil ich so nett bin. Fick dich. Wir müssen nach oben, ja. Man. Sei doch nicht im Batsch. Du musst ja mal mitmischen arbeiten. Ich hasse Frauen. Alter. Poyi. Pomo. So, hier geht's hoch. Ich hab gehört, Sissy Joker liebt Autos. Er küsst Autos. Ja, das machen jetzt ja viele. Meist küsst er sie mit seinem eigenen. Er räumt sich unter das Auto und befriedigt sich. Wo geht's hier hoch? Ich weiß nicht. Oh, ich soll den Transmitter schlagen. Habt ihr es gefunden? Habt ihr es gefunden? Ja, ja. Oh, Granate! Nein! Was? Ich drück mal die falsche Tasse an meiner Maus. Ja, du weißt, dass du dich mit deinen eigenen Granaten nicht verletzen kannst, oder? Nee. Sind wir denn jetzt hier richtig eigentlich? Ich verstehe nicht ganz. Sie haben sie akzeptiert. Wir müssen... Ich hab... Ja, ich hab alles gemacht. Ihr könnt das ja nicht. Ihr seid zu doof. Härtig. War da recht. Ja. Aber... Ich denke, wir haben alles... Gummert. Wie komm ich denn jetzt hier wieder hoch? Das Signal. Es kommt nicht aus Concordia. Ich schick dir die Koordinaten für den nächsten Turm auf deine Ecke. Der nächste Turm. Das ist hier ein Hin- und Her-Gerenne. Hui! Oh nein. Ich glaube, das wäre ein bisschen unterhaltsamer, wenn man das alleine spielen würde. So, als wenn man mit mehreren und Hin und Her und... Ja. Ja. Wieso? Wir nehmen das nur mit einem auf. Das ist doch vollkommen gut. Ja, aber ich höre euch die ganze Zeit. Finde den Fehler. Ja, du hast den Mute-Button nicht getroffen, der gedrückt. Wie hieß es mal? Den Mute-Beutel hast du nicht dabei. So, ich bin da. Wer noch? Ja, mach. Gleich. Achso. Womit mal, hier waren wir doch schon. Ich stehe dir bar. Wir müssen noch höher. Ich bin das. Ja, wir müssen einen Weg auf die Dächer finden. Kommt schon. Wir schaffen das. Ich glaube an euch. Natürlich. Als ob du jemals an uns geglaubt hättest. Alter Maul. War halt schmerzhaft, ne? Alter Maul. Was ist denn hier los, ey? Es gibt übrigens gerade zwei Punkte. Der erste Punkt ist dafür, um uns zu zeigen, wo wir hoch müssen. Gar nicht. Ich nehme mal hier das. Du kannst es dir nicht leisten. Ich kann mit dem Jungen hier sprechen. Ne, möchte ich hinten. Hier ist ein Fahrstuhl vielleicht. Nein. Da ist doch das Sprungbrett. Ich sehe es doch von hier. Mensch, Kinder. Dann nimm es doch. Ich tue es. Juhu. Nimm es. Kräftig. Hast du geschafft? Ja, jetzt bin ich hier oben. Und nun? Weiter. Ja, ich muss gerade mal gucken, wo ich jetzt hier bin. Konkordia? Denk mal, ich muss hier rüber springen, ne? Ja. Einfach weiter. Einfach weitermachen, Kameramann. Mach ich. Oh nein, ich bin abge... Ich bin doch nicht. Wir warten einfach hier unten. So, hier bin ich. Das ist der Kameramann. Eder. An die Kamera ran. Äh, 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 äh. Ich komme noch nicht durch. Ich sterbe. Wie immer. Kann das einen nochmal beenden hier? Hier ist Strom. Elektrozaun abschalten, ne? Oh, wo? Tut es. Wo denn? Da links. Oder ist das für mich? Oder rechts. Wahrscheinlich da, wo Timmy gerade hinten. Doch höher. Wir müssen hier hoch. Du musst hier hoch, oder? Ah, hier. Terminal. Ne. Hä? Wie passiert hier nichts? Hier ist es doch. Da ist es doch. Was ist das hier? Mach es doch. Twist. Timmy. Elektrischer Sicherungskasten. Ein. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir es. Ich mache es. Touchdown. Mach mal. Jawohl. Mensch, das wäre Teamwork. Ole, ole. Zum ersten Mal. Oh, Prinzesslea. Ja. 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 Ich glaube, ich ändere. Aber Mama. Mama. Nicht weinen. Nina muss los. Was? Nina muss los. Tschüss, Nina. Funktioniert nicht. Also nochmal vom Fahren. Oh, nee. Kling. Das war's. Über dem Büro des Büriffs ist ein Tor. Versuch das, was zu kommen. Ich spring mal wieder. Oh nein, ich sterbe. Sehr schön. Nee, doch nicht. Ich habe das langsam raus, das Spiel. Okay, da müssen wir hoch. Ich sehe das schon, aber... Er sieht das schon. Weiß noch nicht, wie... Ja, dann ist doch alles gut. Hör, Klocke. Ich bin gleich oben. Kein Problem. Null Probleme. Na denn. Kein Verfilm. Oder auch nicht. Ich glaube, ich bin falsch. Die Grande Cojones. Komm man da hin? Doch. Achtung, das unerlaubte... Ach ja, ich hätte die Geschütze erwähnen sollen. Wie, Geschütze? Oh, scheiße. Aua. Wo denn? Wie seid ihr denn da hochgekommen? Gesprungen. Ja, okay. Ich habe was entdeckt. Ist ja super. Also ihr macht das schon, ja? Versucht das irgendwie kaputt zu machen, die scheiß Geschütze. Hab. Eins noch. Eins noch ist ja noch. Das war's. Jo, weg. Ich komm da nicht hoch. Ich plündere erstmal weiter hier. Wir müssen irgendwie runter ein. Da. Ich hab's schon gemacht. Ja, sehr schön. Komm da nicht hoch. Du brauchst nicht. Musst du auch gar nicht mehr. Oh, du brauchst nicht. Das ist ein Ding, das macht, dass der Transmitter wiedergibt. Das ist sie. Hab hier was gefunden. Zum anderen Geschütz. Nein, doch nicht. Ich glaube, wir müssen wieder da hoch, wo ihr den anderen Geschütz zerstört habt. Ach, rein. Ach so. Jetzt muss ich hier wieder rein. Warum auch immer. Ich hab da was gefunden. Schon wieder? Ja, das lag. Oh, voilà. Ja. Der Bürg. Hey. ich glaube er macht sich an herausgefordert der steuereinheit die ich auf dem echo markiert hat aktiviere sie dann können wir den letzten scan starten und das signal verstanden ist ja wohl ja sprung so wo müssen wir hin nach unten da und ich glaube ich bin schon da da hat heute glücksstrennen gerade anscheinend von einem art namens rock ist da quasi dort gibt es seit jahren nichts als gäst wo ist er denn alles bevor wir das wir haben wir sind nur noch fürs kommentieren da wir sind nur noch fürs kommentieren da wenn wir kurz vorm reisen könnten wir eigentlich noch mal kurz ein päuschen ein päuschen meinst du ein kleines päuschen klingt super und wir verabschieden uns jetzt alle mit euch lieben so mit vielen langen folgen euer cj euer soli euer jacon euer soli also bis zum nächsten mal tschüss tschau